Es ist viel passiert in Forge of Empires. Ich konnte leider in den letzten sechs Monaten kaum online kommen. Deshalb gab es fast keine Videos von mir. Sorry dafür. In diesen sechs Monaten hat sich allerdings einiges getan in Forge of Empires. Forge of Empires feierte seinen zwölften Geburtstag, die Quantum-Invasionen wurden dem Spiel hinzugefügt, GVG wurde entfernt, Mini-Herausforderungen wurden ein fester Bestandteil, Observatorium und die Belohnungsgebäude der kulturellen Siedlungen wurden aufgewertet, ich habe einige Events verpasst und vieles andere mehr. Da gibt es dann so einiges nachzuholen hier im Kanal. Es wird also bald wieder viele neue Videos hier geben. Das Sommer-Event auf Beta habe ich verpasst. Das kann ich leider noch nicht bringen. Aber ich zeichne bereits emsig auf, um ein Video zu den Quantum-Invasionen zu bringen. Ich plane je ein Video, das einen Schnelldurchlauf für jede kulturelle Siedlung zeigt, da meine vorhandenen Videos teils bereits recht alt sind. Es wird kommende Events geben und vieles mehr. Nun habe ich in den letzten sechs Monaten auch etwas den Kontakt zu allen Spielern verloren. Deshalb heute hier die Bitte. Wer ein gutes Thema für ein Video hat oder gezielten Informationsbedarf, der möge das bitte in die Kommentare unter dieses Video schreiben. Ich werde alle lesen und durch Likes oder Antworten besonders beliebte Themen vorrangig realisieren. Ich habe jetzt viel Zeit und ich werde viel online sein. Es wird also spannend in den nächsten Wochen in diesem Kanal. Ich freue mich darauf. Nicht allein im Schreiben, Lesen übt sich ein vernünftig Wesen, sondern auch der Weisheit Lehren muss man mit Vergnügen hören. Nicht nur einmal ein Video sehen, sondern den Schritt weiter gehen. Also lautet ein Beschluss, dass man abonnieren muss.